dort wieder ewig aber die fahrschule ist woanders hat sonst zur falsche Seite mit Joten unterwegs so, hier hoch das ist jetzt nicht sonderlich schwer ich denke mal später geht es ja noch auf die Autobahn so ein bisschen schnell fertig fahren so, ich weiß noch nicht wie lange ich jetzt ab Stück aufnehme ähm, ich denke ich werde jetzt nämlich so viel wie möglich das und Space Engineers im Voraus aufnehmen ähm, ja übrigens, ähm, wandern entweder das oder Space Engineers endet nochmal kurz ähm, wie gesagt es kommt noch die Klickzeichen und Herren und Likes an also was besser läuft wird länger laufen ähm, wenn eins von beiden ähm, ja es eben nicht so gut läuft, dann wird das abgelöst und zwar doch ein anderes Projekt bei dem noch in meiner Playlistliste pausiert steht ähm, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben welches ähm, allerdings denke ich es wird ETS 2 sein falls ich keine anderen äh, Wünsche bekomme oder eben Wünsche für irgendein komplett anderes Spiel das weiß ich jetzt auch noch nicht na, also wie gesagt einfach in die Kommentare schreiben ich weiß nicht in den Kommentaren jedenfalls nicht und dann ja, werde ich eure Wünsche hoffentlich so gut wie möglich umsetzen können ja, außerdem äh, dürftet ihr auch bald ein paar Veränderungen auf meinem Kanal sehen ähm, ich habe jetzt nämlich auch eine ja, Infobox eingebaut ähm, also was heißt Infobox eingebaut ich habe ähm, bei Übermich was reingeschrieben ich werde jetzt ähm, hier ab Space Engineist und ähm, Life with Dream Thumbnails benutzen und ich werde auch noch bald einen einen Kanal Trailer machen um das jetzt alles langsam in den Griff zu bekommen mit Tutu weil, ja für die, die schon länger dabei sind wissen, dass ich immer mal wieder das Ganze abschleifen lassen das Ganze hab ähm, ja verkommen lassen deswegen ja, ist es auch auf jeden Fall die Erklärung warum ich jetzt echt nach ähm ich bin mir jetzt nicht sicher zwei oder drei Jahren YouTube auch erst ähm 73 Abonnenten hab weil man muss einfach sagen, dass es verhältnismäßig echt wenig für die lange Zeit allerdings hab ich auch erst 170 Videos und wenn man sich das jetzt hochrechnet dann weiß man, wie lang ich eigentlich überhaupt nichts gemacht hab, ne gut und deswegen möchte ich jetzt auch mal sowas wie ja, Call of Tours äh, ganz länger ähm, erstmal lassen weil ich jetzt erstmal versuche meinen Kanal etwas, ähm etwas wieder in die Gänge zu bekommen und naja, um das erstmal zu schaffen brauche ich natürlich neue Klicks neue Abonnenten und Kommentare damit ich auch, ähm wieder Motivation hab das alles regelmäßig und auch zuverlässig zu machen so das ist ein Autofahrer gut, dann werde ich jetzt, ähm mal unter Setsch Setsch schauen gut kein Setschering mit Level 1 am 18.1.99 Geburtstag hab 0.5.5 Respekt und hab 9 Spielstunden wenn männlich mein Feld ist 48 Minuten wenn normaler User hab Admin-Lang 0 und Admin-Verwarnungen 0 keine Fraktionssperre und hab ein Bargeld von 33.050 hab auf der Bank nichts und ich hab auch keine Zuschüsse die Steuern da meine Telefonnummer hab ich keine verheiratet mit niemandem Handyvertrag nein und Staatsangehörigkeit ist die Gäuble okay, dann werde ich mal gucken wo man sich die Staatsangehörigkeit holen kann ähm da meine Fraktion ist Zivilist ähm ich hab keinen Rang und mein Beruf ist Bauer Drogen hab ich keine Waffenteile hab ich keine Hacking Codes hab ich 2 okay Spice hab ich 0 was ist das okay keine Ahnung Safebox Drogen hab ich 0 Safebox Waffenteile hab ich 0 Safebox Hacking Box äh Hacking Codes hab ich 10 Safebox Spice hab ich 0 Fisch hab ich 0 Kurt hab ich 0 Angel hab ich nein äh hab ich nein hab ich nicht und äh gelobt auch 0 ich hab nur Morde 0 Verbrechende Tode äh 0 Wounded Tode Wounded Level ist 0 und ich war auch noch 0 Minuten im Knast ich hab kein Haus kein Geschäft keine Tankstelle und keine Firma so also wir sehen hier schon einiges was wir in dem Spiel erreichen werden äh erreichen können ähm ja ich werde versuchen meine Morde Verbrechende Tode Wounded Wounded Level und Knast ähm auf 0 zu halten äh so gut das möglich ist ich werde dann auch auf eine in eine nicht äh in eine Node M-Faktion gehen am Anfang jedenfalls und später dann wahrscheinlich in eine Staatsfraktion oder Hitman das ist natürlich immer noch das Beste so dann ähm gucke ich mal kurz hier nach der Staatsangehörigkeit und wie viel denn ein Auto kostet so ähm ja übrigens das was ich ähm jetzt gemacht habe mit diesem Infovideo über das neue Projekt mit ähm wie heißt's mit mit was soll ich machen ist das Stadthalle oder ist das Einwohner Meldamt nee Might Ne ähm gleich 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 Dann guck mal kurz, dass da draußen steht Meldeamt vielleicht Da schmelt der Amt. Ne. Da gucke ich hier nochmal bei Stadthalle. Ich habe übrigens komplett vergessen, wo ich war, deswegen versuche ich das jetzt abzudenken, indem ich hier was suche. Gut, dann halt nicht, ne? So, dann mache ich das... Slash... Slash... Navi. Fahrzeugverkauf. Auto aus Günstig. So, das ist wahrscheinlich wieder da, wo bei Epic City das Spawn ist. Weiß ich, wie ich das sonst beschreiben soll. Ja, auf jeden Fall meine Ziele auf dem Server hier sind, jetzt erstmal Geld zu verdienen. Dann ein Haus zu kaufen, bzw. eine Wohnung zu mieten. Mehr Geld zu machen, eine Fraktion zu kommen, ein Haus zu kaufen. Und dann noch gucken, ähm, hier. Äh, wie man ein Geschäft oder so kaufen kann. Mal gucken, ob ich das dann auch, äh, ja, machen kann. Oder, ähm, ob man dafür echt entweder ganz im Anfang auf so immer dabei sein musste, wo die Geschäfte noch nicht verkauft waren, oder wie es ist, oder eine Firma zu gründen. Ähm, das gucke ich alles mal. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr davon was wisst. Aber ich denke mal, das wird sowieso noch einige Zeit dauern. Gut, dann, ne, Auto. Mal gucken, wie der viel zu kosten. So, ähm, ja, was haben wir auch keine Kommentare schreiben, kommt noch kurz so viele Kommentare auf. Ich schreibe dir auch was. Ähm, ist, ob. Ähm, ist, ob, nein, ist, ist, äh, Gott, ich bin so verwirrt, äh, über was ich hier reden, äh, könnte. Äh, Gesprächsthemen. Wenn euch irgendwas hier von Gesprächsthemen interessiert, wobei ich mal reden soll, dann, ja, sagt mir das einfach. Neuner nicht tausend. Da muss ich aber Geld machen. Ach Gott, das gibt's doch nicht. Wo muss ich denn nie sein, dass ein Auto ab? Jetzt mach das hier weg. Ach, scheiß drauf. So, dann ab zur... Oh Gott, bitte, kippt's nicht um. Das ist das Licht. Und Slash-Navi. Ähm, dann guck ich kurz hier Behörden. Ah, da, gleich. Fahrzeug zulassenstelle. So, diese Blitzen waren da drin. Fährt jetzt ein bisschen langsamer. Ähm, ja, ihr könnt mir auch gleich mal, ähm, in die Kommentare schreiben, auf was ich jetzt hinarbeiten soll, auf welche Fraktion. Wie gesagt, ich möchte erstmal in eine Node-M-Fraktion, ähm, um meine Kills und Tode erst recht auf Null zu lassen, solange wie möglich. Ähm, ja, also sagt einfach, ähm, welche da kennt. Ich kenn mich da jetzt nicht so aus mit den Fraktionen. Also, ich wünsche mir, weil sie da nicht so aus. Ich kann mich da nicht so aus. Ja, also ich kann es, wenn dich dann so aus. Und ich mir dann da nicht so aus. 's.